Verehrte, liebe Freunde, es ist unsere größte Sicherheit, die wir als Erdenmenschen haben, dass wir alle sterben werden. Und es ist unsere größte Unsicherheit, dass wir nicht wissen, wann und wie das geschieht. Der Quell der größten Verunsicherung unseres Lebensgefühls, dass wir das nicht überschauen können, dass unser Bewusstsein dahin nicht reicht. Ich möchte beginnen mit einem Brief eines Kollegen, Franz Heinrich Himmstedt, der 1943 im März von der Front in Russland Briefe geschrieben hat an seine Verlobte, damals Maria. Und diese Briefe sind erhalten und mir zugänglich geworden durch das Sterben von seiner Frau, die ich dann bestattet habe. Und so kann ich diesen Brief an den Anfang stellen. Ich bin für zwei Tage herausgezogen worden aus dem zerschossenen, zerhämmernden, rauchenden Dorf, das von uns hart verteidigt wird. Und habe weiter hinten Gelegenheit, ausgiebig zu schlafen, mich zu waschen, Läuse zu knacken, natürlich ein aussichtsloses Unternehmen ohne bleibenden Erfolg, und die zerknitterten Nerven etwas aufzubügeln. Liebe, liebe Mirle, was in den sechs Tagen ununterbrochenen, strengen Einsatzes alles vorgekommen ist, die vielen aufregenden, gefährlichen Situationen, die kalten Nächte in schnell gebuttelten Schneelöchern, die Gefühle beim ersten Beschuss durch alle verschiedenen Waffen, die erste Bekanntschaft mit angreifenden, feuernden Panzern, das kann man alles nicht erzählen. Und man darf es ja auch nicht. Ob man durch Erzählen allein verstehen kann, was Menschen an vielen Stellen der Front durchmachen? Die jungen Soldaten werden sehr ernst und stumm und stur. Sechs Tage hintereinander, fast ganz ohne Schlaf, Tag und Nacht draußen im Schnee, schießen, warten, sich etwas tiefer in die gefrorene Erde graben, wenn es auch nur eine flache Mulde gibt, wenn Panzer kommen, nicht Türmen gehen oder wenn es doch geschehen ist, nachher wieder vor, täglich nur ganz kurz oder gar nicht in ein etwa noch nicht ganz abgebranntes Haus gehen, wenn gerade etwas Ruhe ist zum Aufwärmen und die vollkommen aufgeweichten Füße, die in den nassen Schuhen nicht mehr warm und trocken werden, vom Sani, das bin ich, verbinden oder irgendwie, wenn auch fast nutzlos, behandeln zu lassen, Tabletten gegen Husten, Halsweh, Kopfweh, Magenschmerzen, Durchfall zu holen und dabei im Sitzen momentan einzuschlafen und durch Rütteln kaum mehr wach zu werden, die vielen jungen schönen Hoffnungen des Lebens, das eigene Leben selber zu empfinden als etwas, worüber man selbst keine Macht hat, worüber man gar nicht mitzusprechen hat, sich stur zu ergeben in alles, was kommen mag, sei es auch das Schlimmste, nur eben zu tun, was der Augenblick fordert, sonst nach nichts zu fragen, weil sonst nur die Angst Raum gewinnt. Das sind alles nur Worte, die nur wenig schildern, was Soldaten erleben. Wie vielseitig ist doch das Leben, wie viel Glück, wie viel Seligkeit, wie viel Schönheit schenkt es uns und in welche tiefen, finsteren Abgründe führt es uns. Wie reich macht es die Menschen, wenn es ihnen auf ihrem Lebensweg viel von seiner Schönheit mitgibt. Und was macht es aus ihnen, wenn es sie an seine Grenzen führt? Leid und Schmerz führen doch an seine Grenzen. Wo der Tod so nahe ist, wandert man an seiner Grenze. Vielleicht macht es sie da auch reich. Es macht aber auch ganz arm, ganz allein und arm. Alles ist weg, alles verloren, ein armer, armer Kerl. Immer wieder, wenn es kracht, ein armer Kerl. Man schießt halt, rettet einen Verwundeten, sucht Deckung, tut, was einem allein übrig bleibt und lebt weiter. Wer schenkt uns das Leben? Wer findet es gut für uns, noch zu leben? Vielleicht noch ein langes Leben voller Glück zu haben? Noch einige Menschen gibt es, die diese Kriegszeit hier erlebt haben. Und doch sind es ja nicht nur die Menschen im Zweiten Weltkrieg, die Kriegserlebnisse haben, sondern auch jetzt Menschen überall an vielen Orten der Welt, die solche Erlebnisse haben und die zu diesen ganz existenziellen Fragen kommen, die ja auch unser Leben betreffen. Wie ist das mit dem Sterben? In Familien, in Partnerschaften kann es ja immer wieder die Frage geben, wer von uns wird denn zuerst wohl gehen? Und wie wird es sein für den, der zurückbleibt? Wie gut oft, wenn es der Reihe nach geht, weil wir dann doch irgendwie befriedigt sind. Ja, die, die schon ganz alt geworden sind, die ein erfülltes Leben hatten, die dürfen dann auch gehen. Aber wenn es die Jüngeren, die Kräftigeren, die eigentlich Gesünderen, die Lebensfroheren, die Stärkeren trifft, dass sie zuerst gehen müssen. Und was ist denn eben, wenn es nicht so der Reihe nach geht, dass wir uns auf den Weg machen über die Schwelle des Todes? Dann kann auch die Frage sein, wenn einer geht, wohin geht er denn dann? Wohin führt unser Weg? Durch eine Türe, über eine Schwelle, in einen anderen Raum? Und der andere oder die anderen bleiben zurück, bleiben hier. Der andere ist verschwunden, der Gegangene. Wir fühlen uns schmerzlich getrennt von ihm. Es ist da eine Wand, es ist da eine wirkliche Schwelle, die zwischen uns und den Verstorbenen steht. Und dann ein dritter Bereich, eine dritte Frage. Wie ist das eigentlich mit dem Bewusstsein, mit dem, was im Sterben für geistig-seelische Entwicklungsschritte dran sind, notwendig sind, die wir da durchmachen? Kann ich als Mensch, der da lebt, überhaupt einen Weg finden, mitzugehen, mit diesen inneren Entwicklungsschritten, die in den Tod führen, die zum Sterben gehören? Wunderbarerweise hat ja Michaela Glöckler den Vortrag hier gehalten über ihr Verhältnis zu dem Sterben, auch nicht zuletzt das Sterben und den Tod von ihrem eigenen Mann, wie sie den erlebt hat und wie sie damit umgegangen ist, wie sie damit lebt. Das weist schon in diese Richtung, dass es doch eine Möglichkeit gibt, gerade durch Anthroposophie einen Weg zu finden, solche Entwicklungsschritte, die mit dem Tod verbunden sind, mitzugehen, auch wenn wir noch leben. Es ist ja immer, wenn es auf irgendeinem Felde so etwas gibt, eine Entwicklung, es findet eine Entwicklung statt, jemand macht eine Entwicklung durch und ein anderer bleibt zurück, dass er sich ausgeschlossen, außen vor fühlen kann oder fühlen muss vielleicht sogar, weil er nicht mitgehen kann, diesen inneren Entwicklungsweg. Wir können nicht verstehen, was da eigentlich wirklich geschieht, was mit dem anderen jetzt vor sich geht, was der durchmacht. Und dieses Nicht-Verstehen-Können ist das eigentlich Schwere, was es uns schwer macht zu bleiben, wenn einer geht. Weil wir da nicht mitkommen können, weil wir uns ausgeschlossen fühlen. Und in diesem Schwere erleben, erleben wir unsere Befangenheit in unserem Leben, in unserem Leib, auf dieser Welt, auf dieser Erde, unser festes Verbundensein mit der Erde, mit unserem Leib, sodass wir ausgeschlossen sein können von einer Entwicklung, die jemand durchmacht. Wir sind gebunden an unser Leben, an unseren Leib. Und in diesem ausgeschlossen sein von dem eigentlichen Verstehen, von dem eigentlichen dessen, was Sinn macht mit diesen Entwicklungsschritten, mit diesem Sterben, mit diesem Tod, erleben wir die Schwere des Todes, die Last des Todes, den Tod selbst. Rudolf Steiner formuliert einmal, der Tod ist ausgeschlossen werden irgendeiner Weltensubstanz, irgendeiner Weltwesenheit von seinem Sinn. Also das ist eigentlich das Erleben des Todes, dass wir uns ausgeschlossen fühlen von dem, den Sinn fassen können, der damit zusammenhängt. Ausgeschlossen sein von einem Verstehen können von seinem eigentlichen Sinn. Aber dieses abgeschlossen sein davon, dieses abgesondert sein davon, ist auch eigentlich wirklich das Charakteristikum unserer Erdenverhältnisse, unseres Erdenlebens. Dass wir herausgesondert sind, dass wir im Zusammenhang mit unserem Leib, mit unserem Erdenleben, nicht mehr den Zusammenhang mit dem Geistigen unmittelbar erleben und fühlen und immer mit uns tragen. Deswegen ist für das Physische, das Irdische, das eigentlich Charakteristische, das Charakterisierende, die Schwere. Das Schwere, das, was es ausmacht, dass etwas ausgeschlossen sein kann von seinem ursprünglichen Sinn. Aber umgekehrt bedeutet es auch, wenn wir den Sinn des Irdischen, den Sinn unseres Lebens fassen wollen, dass wir uns dann eigentlich den Tod anschauen können und anschauen müssen. Wenn wir den Sinn unseres Lebens fassen wollen, müssen wir auf den Tod schauen. Im Zusammenhang mit dem Totengedenken dieses Jahres war im Programm ein Zitat aus einem Vortrag von Rudolf Steiner am 29. November 1915 in München. Da sagt er, Wir richten ja unsere betrachtenden Blicke auf das Todesrätsel, nicht bloß aus dem Grunde, weil uns Neugierde oder Wissbegierde plagt, das zu erkennen, was mit dem Tode geheimnisvoll zusammenhängt, sondern, weil wir nun schon aus den Anschauungen, die uns Geisteswissenschaft vermitteln kann, genugsam entnommen haben, wie mit dem Geheimnis des Todes, mit der Erkenntnis desselben, innig zusammenhängt das, was wir brauchen an stärkenden Kräften des Lebens, wie im Grunde genommen die Betrachtung des Todes, die Kluft zwischen den beiden Welten, der Welt, die wir im Physischen durchleben, und der Welt des Geistigen hinweg schafft. Also mal sehen, ob es mit dem heutigen Abend etwas gelingt, an diesem Hinweg schaffen dieser Kluft zu arbeiten. In dem Zusammenhang, in dem Rudolf Steiner spricht davon, dass der Tod, das Ausgeschlossenwerden irgendeiner Weltsubstanz oder Weltwesenheit von seinem eigentlichen Sinn ist, in diesen Vorträgen über die Evolution vom Gesichtspunkt des Wahrhaftigen, da spricht Rudolf Steiner in Bezug auf das Sterben und den Tod im fünften Vortrag, dass in Wahrheit nur der Mensch wirklich stirbt auf der Erde, der es mit seiner Individualität so weit bringt, dass er hinunterkommt zu seinem physischen Leibe, in dem er während des Erdendaseins real sein muss. In Wahrheit hat von Tod zu sprechen nur einen Sinn für das Erdendasein des Menschen. Im Gegensatz zu dem, was Pflanzen, Tiere, Steine sowieso, das ist uns vielleicht ganz deutlich, aber auch andere Wesen betrifft. Wenn wir dies ins Auge fassen, müssen wir sagen, nur der Mensch kann eigentlich den Tod wirklich erleben. Sodass im Grunde genommen nur bei jenen Wesenheiten es einen realen Tod, das heißt einen Tod auf dem physischen Plan gibt, die sich auch etwas zu holen haben auf dem physischen Plan. Der Mensch aber hat sich auf dem physischen Plan sein Ich-Bewusstsein zu holen. Das könnte er ohne den Tod nicht finden. Vor diesem Hintergrund möchte ich das Sterben und den Tod genauer anschauen, so wie er mir in manchen Schicksalen in meinem Priesterberuf über die 21 Jahre meines Priesterseins begegnet ist. Sicherlich kann man auch sagen, über diesen Abend steht, manchmal ist es schwerer zu bleiben. Man kann sicherlich genauso sagen, das ergänzt es ja auch nur, manchmal ist es leichter zu bleiben. Wenn einer geht, weil der Weg des Sterbens auch ein sehr schwerer sein kann und ein sehr schmerzlicher, auch ein sehr einsamer, was mir jetzt besonders eindrücklich war in dieser Zeit, als ich in Corona-Intensivstationen Besuche gemacht habe von bei Menschen, die da waren, Gespräche geführt habe mit solchen Menschen, deren größtes Leid und größter Schmerz eigentlich in diesem, ja nicht wissen, ob es auf den Tod zugeht, dass diese Einsamkeit, das Einsamkeitserlebnis war, dass dadurch, dass ja Angehörige meist nicht diese Sterbenden besuchen durften oder zu bestimmten Zeiten diese Angehörige nicht besuchen durften und insofern da noch einmal etwas ganz, diese Schwere und dieses Leid noch einmal besonders deutlich wurde. Viele Menschen sagen ja, sie hätten keine Angst vor dem Tod, aber vielleicht Angst vor dem Sterben. Und diese Angst vor dem Sterben, die wurde ja jetzt auch gerade in unserer Zeit so ganz nach vorne gestellt und mit dieser Angst wurde ja sehr auch gearbeitet, wurde damit in der öffentlichen Meinung sehr stark, ja, gearbeitet. Und bis jetzt wird das ja eigentlich, du musst doch eigentlich Angst haben vor dem Sterben, denn es könnte auch sein, dass zum Beispiel jetzt, wenn es ans Sterben geht für dich, Ärzte da sind, die überlegen müssen, ob sie dich behandeln oder einen anderen. Und damit ist es ein sehr stark wirksames Mittel, mit dem die Angst der Menschen vor dem Sterben angeregt werden kann und der Mensch dadurch möglicherweise bereit ist, manches zu tun, was er sonst ohne diese Angst nicht tun würde. Also das Mühsame, das einer Krankheit, das Schmerzliche, das Schwere einer Krankheit, von dem man sich manchmal vielleicht dann auch wünschen kann, jetzt ganz unabhängig von Corona, dass es zu Ende sein möge. Ich habe manche Menschen begleitet auf ihrem langen Sterbensweg, wo sie immer und immer wieder an eine solche Schwelle gekommen sind, wo sie eigentlich sich wirklich von Herzen gewünscht haben, dass sie das nicht mehr weiter ertragen müssen, was sie jetzt ertragen. Es soll doch zu Ende sein. Eine Lebensmüdigkeit. Ich war ganz erschrocken darüber, dass ich in Veröffentlichungen in Bezug auf die aktive Sterbehilfe gelesen habe, dass es ja auch, dass dafür möglich gehalten wird, dass es nicht nur solche Menschen gibt, die eben sehr schwer leiden und dadurch eigentlich, und dadurch, dass gesagt wird, es gibt keinen Weg der Besserung, keine Aussicht darauf, dass sich dieses Leiden irgendwann mal lindert, dass diese Schmerzen vorübergehen, dass es sich bessert, dass sie dann eben diesen Weg wählen können, sollen, dass sie auch, dass ihnen geholfen wird dabei, dass sie sterben, sondern dass es auch sein kann, dass es ja solche Menschen gibt, die einfach lebenssatt sind und deswegen ja auch die Möglichkeit bekommen sollen, ihrem Leben ein Ende zu machen, nicht in dem Sinne, wie es eben durch einen Selbstmord geschieht, sondern durch einen solchen merkwürdigen, merkwürdige Zwischenform, dass ihnen da schon ein Ende ihres Lebens ermöglicht wird, dass ihnen dabei gestanden wird, dass ihnen dabei geholfen wird und dass nicht mehr so ein Mensch in seiner Schicksalsverzweiflung, aus einer Ausweglosigkeit, in so einer vielleicht auch Kurzschlusshandlung das irgendwie tut. Also diese Wege, diese schmerzlichen, langen, leidvollen Sterbenswege gibt es sicherlich und es gibt die Befangenheit darin und sicherlich auch den Wunsch, der dabei entstehen kann, es möge zu Ende sein und damit aber auch der Wunsch oder das eigentlich, was da mitklingt, klingt auch manchmal vielleicht, dass man ja, dass man nicht, dass man nicht diese Entwicklung, die jetzt mit dieser Krankheit, mit diesen Schmerzen noch verbunden sein wird, von der man nicht weiß, was ist es eigentlich für eine Entwicklung, die da von mir gefordert ist, dass man das nicht mehr ertragen will, dass man doch eigentlich bleiben möchte und nicht mehr diesen Entwicklungsweg weitergehen möchte, diese Entwicklungsschritte, die damit weiter verbunden sind. Überhaupt ist es im Sterben ja schwer, die Befangenheit in diesem vielleicht sogar Krankheitsgeschehen, das da ist, eine Art Perspektivwechsel zu vollziehen, obwohl ich das auch immer wieder erlebt habe. Ein ganz charakteristisches Beispiel für so einen Perspektivwechsel habe ich jetzt entdeckt, das hat eigentlich mit Sterben erst mal noch nichts zu tun, aber es ist doch ein Text, der mich sehr zum Nachdenken angeregt hat und den ich gerne bringen möchte, der das Sterben, diesen Perspektivwechsel im Sterben in Zusammenhang bringt mit dem Advent. Advent, denn Iris Macke, die jetzt Mitherausgeberin von diesem Adventskalender, der andere Advent, der aus Hamburg da kommt, von der evangelischen Kirche, die hat 2018 in diesem Kalender ein Gedicht gebracht, das von einer Freundin noch einmal ein bisschen bearbeitet wurde, so dass jetzt hier heißt, Advent heißt, der Ankunft entgegenlauschen. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur stressig ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, die Zeit tobt. Ich glaube nicht, dass etwas Größeres in meine kleine Welt hineinscheint, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch klar, nichts wird sich ändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Christus kommt auf die Erde. Oder? Jetzt steht hier, jetzt lies den Text von unten nach oben. Und ich lese den gleichen Text von unten nach oben. Christus kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich ändern. Es ist doch klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann, dass etwas Größeres in meine kleine Welt hineinscheint. Ich glaube nicht, dass die Zeit tobt. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt, dass ich in diesen Wochen zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur stressig ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt, der Zukunft entgegenlauschen. ist doch erstaunlich, wie anders durch einen so einfachen Perspektivwechsel etwas klingen kann, etwas sein kann. Und wie ist das, wenn im Sterben ein Perspektivwechsel kommt, wir einen Perspektivwechsel erleben und dann alles, was wir vorher erlebt haben, ganz anders ist. Im Tod hört ja zum Beispiel die Folge, die wir normalerweise für unser Leben als Notwendigkeit anerkennen müssen, von Ursache und Wirkung auf. Es gibt immer eine Ursache in der Vergangenheit, eine Wirkung in der Zukunft oder in der Gegenwart. Und das ist diese Zeit, dieser Zeitverlauf, dieser Ursache-Wirkungsverlauf hört auf. Auch, dass ich im Raum von mir aus als Punkt, von mir, mit meinem Bewusstsein aus in die Welt schaue, in meinen Umkreis schaue, meinem Umkreis gegenüber stehe, das verwandelt sich total. Mit einem Mal im Sterben, im Tod bin ich im Umkreis und schaue auf mein Leben, auf meinen Leib als den Punkt, der jetzt außerhalb meiner selbst ist, wenn ich im Umkreis mich nach dem Tode ausbreite. Und dann gibt es noch einen ganz innerlichen, einen seelisch-geistigen Perspektivwechsel, der damit zusammenhängt, dass ja eine der größten Herausforderungen ist, auch im Sterben, aber auch im Leben, glaube ich, das Gleichgewicht oder das Hin- und Hergehen zwischen ich will etwas, ich gestalte in der Welt etwas, ich gestalte mein Leben, ich gestalte die Dinge, die mir da gegeben sind und ich lasse etwas zu, ich empfange etwas, ich lasse etwas geschehen. Und zwischen diesen beiden ist ein starkes Wechselspiel, ein starkes Gespräch, ein starkes Hin- und Ringen auch möglicherweise im Sterben, aber auch im Leben. und im Sterben fragt sich, was ist eigentlich der Perspektivwechsel, der jetzt eintritt, wenn es um Wollen und Zulassen geht. Einmal habe ich das ganz wunderbar erlebt, als ich in einer meiner Gemeinden eine alte Dame, einer alten Dame begegnet bin, die ich begleiten konnte im Sterben, das war die erste, bei der ich im Sterbemoment auch selber dabei sein durfte, konnte. Ein langes, reiches, sehr musikalisches Leben, mit einem großen Freundesumkreis, auch gerade durch die Musik, eine strahlende alte Dame, die dann aber eine schwere Krankheit bekommen hat und sich auf ihr Sterben ganz bewusst vorbereitet hat. Schon ein halbes Jahr vor ihrem Tod hat sie mich angehoben oder hat mir geschrieben und hat gebeten um die letzte Ölung. Und ich war bisher gewohnt, dass das ja eigentlich etwas ist, was man vollzieht am sterbenden Menschen, der wirklich auf seinem Sterbebett liegt und vielleicht sogar schon das Bewusstsein verloren hat. Aber in dem Moment kam das so als ein innerstes Anliegen und so ein darauf zu leben und sich damit bewusst auseinandersetzen wollen, dass ich dann doch hingegangen bin, dass ich diese letzte Ölung auch vollzogen habe, dann nach einem ersten Gespräch und kennenlernen. Und so hat diese Frau, war dann ganz in Weiß gekleidet und geschmückt mit einer edlen, mit edlem Schmuck und saß da in ihrem Sessel wie eine große, vielleicht sogar Königin eigentlich, ganz königlich saß sie da und hat erwartet, was jetzt da auf sie zukommt, womit sie jetzt zu tun bekommt in diesem bewussten Zugehen auf das Sterben. Und dann war diese letzte Ölung vorbei und sie hat dann noch eine ganze Zeit weitergelebt und es ging noch durch den Sommer und ich war dann auch eine Zeit weg und dann kam ich gerade wieder und in den nächsten ein, zwei, drei Tagen irgendwie wurde ich dann noch mal zu ihr gerufen, dann haben wir noch was verabredet, sie lebt noch, ach ja, dann ging ich noch mal zu ihr und das war der Moment, wo sie dann gestorben ist. In dem Moment, wo ich kam, und es war deutlich, sie atmet ganz schwer, sie atmet nur noch langsam und auch immer wieder gar nicht, das setzt auch immer wieder aus, die Atmung und trotzdem hat sie dieses königliche, das hochheitliche gar nicht verloren gehabt. Sie hat das noch in sich getragen, diese strahlende eigentlich empfangen wollen, das, was kommt, gar nicht so sehr darauf bestehen, ich muss jetzt noch irgendetwas schaffen, irgendetwas leben, irgendetwas gestalten, sondern sie hatte sich unglaublich intensiv vorbereitet darauf, dass sie empfangen will, empfangen kann, das, was kommt. Und so habe ich das auch erlebt in ihrem Sterben, dass das ein ganz kleiner Schritt war, zu diesem letzten Loslassen, zu diesem letzten Empfangen, auch jetzt des Todes, sodass dieses Sterben ein ganz bereit, ein vorbereitetes wirklich war. Ganz im vielleicht sogar Gegensatz dazu, habe ich einmal erlebt, oder war ich einmal näher dran, an dem, wie ein Säugling nach wenigen Wochen seines Lebens verstorben ist. Und da konnte ja noch gar nicht die Rede sein von irgendeinem Ergriffenhaben eines bewussten, selbst gestalteten Lebens. und doch habe ich da eben auch erlebt, wie ein ganz strahlendes um dieses Kind war, das mit einem Herzfehler geboren wurde, wo es auch deutlich war für die Eltern, dieses Kind wird nicht lange leben. Sie sind noch am Anfang natürlich bei den Ärzten gewesen, durch die Krankenhäuser gegangen, haben da einiges mitgemacht, aber dann sich dafür entschieden, das Kind für die letzte Lebenszeit, die ihm noch geblieben ist, mit nach Hause zu nehmen, um es da so zu pflegen, dass es in Ruhe zu Hause sterben kann, weil es deutlich war, dass es auf den Tod auf jeden Fall zugeht. Und dann war ein solches Strahlen um diesen Säuglingsleib, der so kurz nur belebt war von einer menschlichen Seele, durchdrungen war und dann etwas von diesem Leib ausging und im Umkreis da gelebt hat, wie ein großer Glanz, wie ein großes Strahl, eine große Durchsichtigkeit eigentlich, wie eine große Bereitschaft und glücklicherweise konnten die Eltern trotz ihres Schmerzes, trotz ihres Mitfühlens mit diesem Sterben auch das Wahrnehmen, diese Größe, diese durchsichtige Strahlen, sodass sie ganz in Ruhe sein konnten, neben und mit diesem sterbenden und dann verstorbenen Kind, dass sie es annehmen konnten, weil das Kind eben so eine große Weite gelebt hat, so eine große Offenheit in sich getragen hat, dass die Eltern in diese Offenheit mit hereingehen konnten, um das anzuerkennen, was mit diesem Sterben, mit diesem kurzen Leben verbunden war. Auf jeden Fall ist das Sterben, wenn es uns als erwachsene oder ältere Menschen trifft, wenn wir darauf zugehen, sicherlich eine Überwindung oder eine Notwendigkeit zu überwinden, unsere Selbstbefangenheiten, dass wir und damit aber auch unseres Selbstgestalten Wollens, so dass wir offen werden für den Umkreis, für das, was auf uns zukommt, dass wir das annehmen und bejahen können. Ich habe einen Menschen begleitet, ja, mehrere, aber von diesem einen möchte ich erzählen, der sich tatsächlich auch selber das Leben genommen hat, eine Überdosis an Tabletten aller möglichen Art, ein Mensch, der selber immer den Eindruck hatte, ich kann mein Leben gar nicht selbst gestalten, ein merkwürdiges Lebensgefühl, ich bin immer eigentlich Opfer meiner Verhältnisse, ich muss immer das tun, was andere von mir wollen, ich kann gar nicht mein Leben selber in die Hand nehmen und selber so gestalten, wie ich das will. Einer, der sich immer als Opfer erlebt hat, der dann auch ein schweres Schicksal hatte mit Sucht, bis in dann durch verschiedene Dinge, die er dann getan hat, dann auch Gefängnisaufenthalte, die ihn erst recht wirklich in diese Opferrolle gebracht haben, wo er dann mit alle möglichen auch innerhalb des Gefängnisses konfrontiert war, auch da mit Drogen und mit Gewalt und mit mafiösen Strukturen, also mit den schlimmsten Erfahrungen, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Dieser Mensch, der immer so gelebt hat, dass er eigentlich den Eindruck hatte, ich bin, ich kann nicht selber für mich dastehen und mein eigenes Leben führen. Einer, der sich als Opfer seiner Verhältnisse empfunden hat und das bis in den Tod, bis in das Sterben herein nicht überwunden hat, der vielleicht eine Sehnsucht danach hatte, in seinem Leben anzukommen, aber den Eindruck hatte, es ist ihm nicht gelungen, er hat es nicht verwirklichen können. Und in Verbindung mit diesem Menschen, mit diesem Schicksal, ein anderes Schicksal, nämlich die Frau, die er geheiratet hat, mit der er einige Jahre zusammen gelebt hat, die hat schon mit ungefähr 25 Jahren Multiple Sklerose bekommen. Sie war eigentlich Lehrerin gewesen, hatte nur kurze Jahre gearbeitet in ihrem Beruf und war dann krank geworden und sie musste dann irgendwann aufhören, die Schübe wurden immer stärker und haben sie immer schwerer beeinträchtigt, mit dem Sehen, mit dem Laufen, mit dem sich bewegen können und so hat sie dann eine eigentlich wirklich eine lange, lange, jahrelange Zeit des Leidens mit dieser Krankheit durchlebt und merkwürdigerweise diese Frau, die schon ihren ersten Mann durch Selbstmord verloren hatte, die diesen zweiten Mann, von dem ich gerade erzählte, aber auch durch Selbstmord verloren hat, die hat trotz ihrer Krankheit und ihres Leidens und ihrer eben diese Schmerzen, dass sie diese Männer da verloren hat, eine Art von innerer Sicherheit oder innerem so ein Lebensgefühl ausgestrahlt von einem inneren Licht, das ich mir erst gar nicht erklären konnte. Erst als sie mir dann erzählt hat, dass sie tatsächlich ein Erlebnis gehabt hat, dass sie einmal nur hatte, einen Moment ihres Lebens, der aber dafür gesorgt hat, dass sie ein inneres Lichterlebnis nie wieder verloren hat, dass sie eine innere Zuversicht, eine innere Sicherheit und Lebenszuversicht nie wieder verloren hat. Eine Art inneres, ja, ich würde doch sagen eigentlich eine Art Christuserlebnis, das sie einmal gehabt hat in einer tiefen Not und Verzweiflung und das jetzt sie getragen hat. Und dieser Mensch an ihrer Seite, der das vielleicht auch gewusst hat oder wo sie da auch gesprochen haben, der aber keinen Anteil daran gewinnen konnte, der keinen Anteil an dieser Zuversicht, an dieser Lebensgestaltungskraft, an diesem inneren Licht gewinnen konnte. und die andere, die an seiner Seite dieses Licht nicht verloren hat, trotz aller dieser Umstände und dieser Schwierigkeiten in ihrem Umkreis. Rudolf Steiner hat einmal auch in dem Zusammenhang, den ich vorher schon erwähnt habe, aus dieser Evolution vom Gesichtspunkt des Wahrhaftigen, aus diesen Vorträgen, hat er gesagt, der Tod, das ist das, wo einem Wesen die Fremdheit von seinem eigenen Ursprung eingeprägt, eingeschrieben ist. Die Fremdheit von seinem eigenen Ursprung. Ein bisschen eine andere Formulierung wie vorher, dieses abgeschnitten, herausgesondert sein von dem eigentlichen Sinn, die Fremdheit eingeprägt haben von seinem Ursprung. Und ich hatte den Eindruck bei dieser Betrachtung von diesem Leben, es ist wie wenn er gar nicht, gar nie richtig in das Leben eingetreten wäre, wie wenn der Tod eigentlich schon darüber gestanden wäre, die Fremdheit von seinem eigenen Ursprung, dass er etwas erlebt hat in seiner Entwicklung, vielleicht schon in seiner frühen Kindheit, in seiner, überhaupt in seiner Entwicklung, seelisch-geistig, die ihn gar nicht richtig in sein eigenes Leben wirklich hat eintreten lassen. Man sagen muss, er hat dieses Fremdsein, dem eigenen Ursprung und dem Ausgeschlossensein von seinem eigentlichen Sinn das ganze Leben erlebt, wie ein Mensch, der das ganze Leben als eigentlich als Tod, als ein Sterben erlebt und der dann nur konsequenterweise eigentlich seinem Leben ein Ende macht, weil es gar keinen Unterschied macht, ob er lebt oder stirbt. ein ganz dramatisches Schicksal, wenn so etwas sich zeigt. Eine, aber vielleicht doch eben immer wieder die Sehnsucht, die da herausgesprochen hat, vielleicht auch der Versuch bei verschiedenen Begegnungen das doch zu finden und doch aber die Unmöglichkeit darin. Eine Sehnsucht nach dem sich finden, nach dem eigentlichen Sinn, wo ich mich immer wieder frage, was ist denn eigentlich mit den Menschen, die so auf das Sterben zugehen, auf ihren Tod zugehen, dass sie am Ende, zum Beispiel wie bei einem Menschen, den ich begleiten konnte, wie das war, der hatte einen schweren Unfall, an dem er eigentlich hätte sterben müssen. Er ist aber daran nicht gestorben und die Ärzte konnten sein Leben retten durch große ärztliche Kunst, sie konnten ihn so retten, dass er dann erst in ein Koma, natürlich in einem Komazustand und dann in ein Wachkoma hereingekommen ist, weil auch das Gehirn durch diesen Unfall so beschädigt war, dass er nicht mehr zu einem so selbst sich ergreifen, den eigenen Leib ergreifen, die eigenen Werkzeuge, das Denkwerkzeug, die Sprechwerkzeuge wieder ergreifen kommen konnte. Und in diesem Zustand, dieses Wachkomas, dass er noch eine ganze, eine längere Zeit dann durchlebt hat, was ist denn eigentlich mit einem solchen Zustand? Wie ist das mit dem, mit der Frage nach dem, wo ist dieser Mensch, wie findet er zu seinem Sinn, ist er da ausgeschlossen eigentlich? Oder was macht er noch in dieser Zeit durch, was noch zu seinem Leben gehört und doch auch schon eine Art von Sterben ist, eine Art von einen Schritt getan haben in den Tod, aber noch nicht den ganzen Schritt? Und immer wieder dann natürlich die Frage in den Umkreis, wie kann das gut begleitet werden? In dem Fall war das ein sehr glücklicher Umstand, dadurch, dass Menschen im Umkreis waren, die das sehr liebevoll und unterstützend mitbegleiten konnten, die sich da sehr hingegeben und haben der Pflege und der Zuversicht mit diesem Menschen doch noch in einem menschlichen Kontakt zu kommen, doch ihn noch teilhaben zu lassen an dem eigentlichen Sinn unseres Lebens, dass er mit seinem persönlichen Umkreis, mit den Menschen, die ihm vertraut und verbunden waren, noch einen engen Zusammenhang haben konnte. Und doch hat der eigentliche Lebenswille ja nicht mehr sich eigentlich ausleben können. Der war sehr gestaut dann in dieser letzten Zeit, so wie bei einem solchen Menschen, wie ich vorher beschrieben habe, der Lebenswille überhaupt, wo hat der eigentlich sich wirklich ausleben können? Und ein gestauter Wille ist ja eben das, was eigentlich in uns eine Sehnsucht erzeugt, was in uns eine Sehnsucht bewirkt und was manchmal eben am Ende eines Lebens auch so auftreten kann. Möglicherweise auch tritt aber am Ende des Lebens auf und das ist wieder eine Art jetzt Gegenbild zu einem solchen Leben, das so in der letzten Zeit endet, ein ganz hingegebenes und ganz nicht mehr selbst sich verwirklichen können, wenn ein Mensch, der ein Eurythmist war, Eile Eurythmist, der eine relativ kurze Krankheitsphase am Ende seines Lebens durchgemacht hat und der aber noch in dieser Krankheitsphase eigentlich schwer am Arbeiten war. Ein Mensch der Bewegung, ein Mensch der Geste, ein Mensch des Lebens Willens und des Lebens Ergreifens und Gestaltens und der dann auf seinem Sterbebett, wo schon klar war, er geht auf den Tod zu, weil die Diagnose so war, dass er nicht mehr lange zu leben hat, ein fortgeschrittener Krebs und er jetzt auf diesem Sterbelager aber gerungen hat, noch sehr, mit diesem Leben und ich habe manchmal ja das gesehen in Zeitungen bei Todesanzeigen nach seiner Krankheit oder nach einem langen Leidensweg ist er seiner Krankheit erlegen oder so vielleicht kennen sie das auch und das war ein Mensch von dem ich wirklich sagen könnte dieser Mensch ist nicht seiner Krankheit erlegen obwohl er gestorben ist aber sein Leben war bis zuletzt ein solches durch Arbeiten und Ringen und Bewegen dass sie den Eindruck hatte er ist lebendig in den Tod gehören er ist bewegend in den Tod gehören er hat bis zuletzt sein Leben gestaltet im Sterben und dann war für mich interessant dass mir seine Frau dann nach seinem Tod zugänglich gemacht hat seine Tagebuch Aufzeichnungen und drei Wochen nur vor seinem Sterben hat er in sein Tagebuch notiert Ich nähere mich im erkennenden Aufstieg innerhalb der Naturreiche der Wahrnehmung meiner reingeistigen Erzeugung das heißt meiner in sich gestützten Aktualität in Klammer Geistes Gegenwart die Erfahrung meiner leibfreien Existenz wächst in sich in sich erweiternder Welterfahrung Und dann etwas später Geistigkeit Ich in einer Welt dieselbe damit auch in mir Ich und Welt sind eines im freigewordenen Ich Bewusstsein Diese Welterfahrung ist ein sicherer Startort für einen Menschen der auf dem Sterbelager liegt ist ein sicherer Startort Ich bin meiner sicher als geistig tätiger Ich Mensch Und dann noch fügt er hinzu weil er sehr stark mit Rudolf Steiner gearbeitet hat mit der Autorosophie vor allem mit den Grundwerken mit der Philosophie der Freiheit hat er sehr stark sich verbunden aber auch mit anderen Grundwerken In Rudolf Steiner beginnt eine freigewordene Menschheit jetzt die Welt aus sich heraus zu suchen und zu finden Und dann 16 Uhr Hurra Hurra der selbst neue Mensch ist da Eine Woche vorher hat er noch oder ein paar Tage vorher Im Erkennen habe ich erstmals eine in sich bestehende Geistigkeit erfasst Also überall merkt man diese Tätigkeitsworte diese ungeheure innere Tätigkeit dieser Wille der sich dann nachdem er so äußerlich gestaut war auf dem Sterbelager durch diese Krankheit er sich gar nicht mehr äußerlich ausleben konnte er das so ins Innere geführen konnte dass er im Inneren weiter gegangen ist weiter tätig gewesen ist und einen Weg sich erobert hat innerlich bis zu diesem Erkennen bis zu diesem Erfahren einer leibfreien Existenz eines in sich freie bestehen könnenden Ich-Bewusstseins Von diesem Menschen hatte ich den Eindruck in der nächsten Zeit und habe es auch manchmal bis heute dass er gerade beim Zelebrieren der Menschenweihehandlung wo es für mich besonders nahe liegt da auch diese Welt mit zu erleben mit zu fühlen dass er immer wieder da ist dass er einer von den Menschen ist die besonders nahe sein können die besonders präsent sein können möglicherweise aus dieser Art inneren schon im Leben errungenen Souveränität des Tätigsein Könnens unabhängig von einem Äußeren Tätigsein Können können also das Wesentliche was mir im Tode im Sterben begegnet was ist das wo finde ich das Manfred Küber hat einmal ein Gedicht verdichtet vielleicht kennen das auch einige den Schmerz bezwinge der um Formen trauert gedenke dessen was ewig dauert der Glockengießer der sein Werk vollbringt zerstört die Form und seine Glocke klingt so auch zerstört mit seinem Schwingenschlag der Tod die Form auf das die Seele Tönen mag also zwischen Wollen und eigentlich Zulassen zwischen Gestalten und Resignieren geht der Weg des Sterbens und besonders eindrücklich habe ich das auch erlebt bei meiner eigenen Mutter die die zweite war die ich unmittelbar im Sterbemoment erleben konnte ihr zugehen auf den Tod war auch geprägt von diesen beiden von diesem Ringen ich gestalte mein eigenes Leben ich suche mir meinen eigenen Weg ich gehe meinen eigenen Weg eine Krebserkrankung vier Jahre lang mit ganz eigenen ganz eigener Art in ganz eigener Art gegangen mit ganz eigenem Umgang nicht auf den mit dem gewöhnlichen medizinischen Weg den man sonst vielleicht einschlagen könnte und würde ein ganz eigenes suchen und ganz eigenes gestalten dieses letzten Lebensabschnittes ihrer letzten Erden Wege und dann gleichzeitig auch ein immer wieder ertragen müssen ungeheurer Schmerzen sie war ein Mensch der nie in seinem Leben Schmerzmittel genommen hat und der ist deswegen auch auf seinem letzten Sterbeweg wo der Krebs schon sehr stark ausgebreitet hat ertragen musste dass keine Schmerzmittel wirksam waren denn als sie Schmerzmittel genommen hat haben die eigentlich ins Gegenteil geführt sie haben die Schmerzen noch verstärkt sie haben sie bis zu unglaublich also für mich wahrscheinlich nicht aushaltbare Zustände geführt und sie hat das durchgemacht in diesem Ertragen in diesem Erleiden von dem Schmerz hat sie sich vorbereitet darauf anzunehmen was ihr da aus dem aus dem Sterben was ihr da aus dem Tod entgegen kommt und in ihrem Sterben in ihrem unmittelbaren Sterben habe ich dann besonders erlebt dass der Sterbemoment ein Moment des Ausgleichs ist wo etwas in ein Gleichgewicht kommt was ich sonst so nie erlebe oder erlebt habe und bei meiner Mutter eben besonders stark weil ich da so unmittelbar dabei war das vorher so begleitet habe und dann auch in der Nacht als sie gestorben ist dabei sein konnte in der Filderklinik hier ihr auch noch kurz vorher die letzte Ölung geben konnte und dann wenige Stunden später sie dann verstorben ist und in diesem Moment wo die Seele der Geist des Menschen wieder den Leib verlässt durch den letzten Atemzug wie dieses Ausatmen und dann diese Ruhe eintritt diese ungeheure Nüchternheit und Schlichtheit des Todesmomentes aber darin auch die ungeheure Größe zu erleben das war für mich besonders eindrücklich im Erleben des Sterbens meiner Mutter sodass darin ich auch erlebt habe das hat beides es hat einen ganz schlichten Tätigkeit einen Vollzug es ist ein Schritt den ein Mensch geht in diesem letzten Loslassen und doch ist es eben auch ein Loslassen ein Zulassen es ist das wo sich Tätigkeit und Loslassen eigentlich begegnen der Tod ist natürlich ein allerletztes und endgültiges Loslassen und gleichzeitig ist es auch ein Überwindungstat ein Überwindungsschritt Rudolf Steiner hat einmal 1915 in Berlin bei einem Vortrag gesagt man verdankt die Kraft das Ich festhalten zu können zwischen dem Tod und einer neuen Geburt dem Anschauen des letzten Lebens von dem geht diese Kraft eigentlich aus und insbesondere meine lieben Freunde ich muss das noch einmal betonen wenn ich es auch hier schon gesagt habe insbesondere ist da der Moment des Sterbens von außerordentlicher Bedeutung Der Tod ist etwas was am allermeisten zwei total voneinander verschiedene Seiten hat Der Tod von hier aus von der physischen Welt aus gesehen hat gewiss viele trostlose Seiten viele schmerzliche Seiten Aber es ist wirklich so dass man von hier aus den Tod von der einen Seite nur ansieht wenn man aber gestorben ist sieht man ihn von der anderen Da ist er das befriedigendste vollkommenste Ereignis das man überhaupt erlebt denn er ist da lebendige Tatsache während er hier ein Beweis dafür ist auch für unsere Empfindung für unsere Gefühl wie hinfällig wie vergänglich das physische Leben des Menschen ist ist der Tod angeblickt von der geistigen Welt aus gerade ein Beweis dafür dass immer da der Geist den Sieg über alles Ungeistige davon trägt dass immer da der Geist das Leben ist das Unvergängliche das nie versiegende Leben Franz Heinrich Himstedt noch einmal am 19 März 1943 er hat von seiner Braut ein Büchlein über Mozart geschickt bekommen die Biografie von Wolfgang Amadeus Mozart und schreibt ihr darüber zurück das Mozart Büchlein hat mir gut gefallen es hat etwas tröstliches befreiendes solch ein wunderbares Menschenleben anzusehen zu sehen dass Menschen so werden können wie ein Mozart das Menschsein solche Höhen einschließt dass Menschen zu Werkzeugen eines geistigen Reiches der Schönheit werden können Mozart hatte ein schönes Verhältnis zum Tod das kann man seiner Musik anmerken gerade das Heitere und doch Ernste das das Leid der Erde kennt aber auch das Lichte geistig Schöne das sich im Leiden bilden und aus ihm sich erheben kann ist so als wollte es eine sterbende Seele auf ihrem Weg begleiten und ihr den rechten Weg zeigen Mozart waren mehrere Kinder gestorben ob sie ihm nahe waren und ihn mit einer Sphäre der Frömmigkeit umgeben haben Dramatik kann es vielfach geben im Sterben Dramatik des Ringens in Bezug auf Gestalten und Loslassen und dann kann es auch solch ein Befreien geben ein Erlebnis wenigstens von der anderen Seite aus dass das der Sieg des Geistes ist über den Leib über alle Befangenheiten die uns in diesem Erden Leben einengen und vielleicht auch manchmal bedrängen ängstigen noch einmal aus dem Vortrag vom Anfang vom 29. November 1915 von Rudolf Steiner betonen muss man es doch dass wir nun schon einmal in einer Zeit leben in der wir uns verpflichtet fühlen die Geisteswissenschaft auszuarbeiten in der aber dieser Geisteswissenschaft sich viel Missverständnis und aus dem Missverständnis dem Unverständnis hervorgehende Gegnerschaft entgegengebracht wird und manchmal könnten Zweifel entstehen ob gegenüber der immer stärker und stärker werdenden Gegnerschaft und sie wird wahrlich noch stärkere Formen annehmen dass jenige ausreichen kann was uns an Kräften gegeben ist innerhalb der physischen Welt dann tritt aber eben gerade der stärkende Gedanke ein dass die mit unserer Arbeit treu verbundenen Freundesseelen die vor uns hinweg gegangen sind die ungehemmt sind durch die Hindernisse welche sich uns hier auf Erden noch entgegend dämmen ihre Kräfte mit den unseren vereinigen und aus solcher Überzeugung heraus glauben wir an das sieghafte wenn auch langsam heran siegende der geisteswissenschaftlichen Arbeit insofern hoffe ich dass wir einen Blick und ein Erleben des Sterbens haben können oder ausbilden können vielleicht Erfahrungen mit dem Sterben mit dem Tod machen können die uns an diese Seite heran führen die uns zeigt es ist zwar manchmal schwerer zu bleiben weil da ein Schritt getan wird der uns noch bevorsteht und der ein echter Schritt ist der eine Überwindungstat ist und vor dem wir vielleicht noch zurückscheuen aber hoffentlich wird es ein Schritt werden den wir einmal auch werden gehen können und in dem uns dann begegnet dieses sieghafte dieses Erlebnis dass wir als Menschen überwinden all unsere Befangenheiten die uns in unser Leben einspannen in unseren Leib bannen ein ein das ist ein ist ein das ist ein ist das ist Vielen Dank.